Moin Moin und herzlich willkommen in Ralfs Foto Bude. Ja, heute wieder mal in meinem Büro. Das hat einen ganz besonderen Grund, denn ich möchte euch heute eine Software vorstellen. Wie ihr in einigen meiner letzten Videos ja schon gesehen habt, habe ich ein neues Spielzeug. Das ist mein Quadrocopter, die DJI Phantom 2 Vision mit einer eingebauten Kamera. Ja, dazu habe ich euch ja schon ein paar Tutorials gezeigt, auch gezeigt, wie ihr den ersten Flug hoffentlich ohne Absturz absolviert. Ja, und ihr habt sicherlich schon den ein oder anderen Flug hinter euch und dabei natürlich auch Fotos gemacht und Videos gedreht. Wenn ihr euch das zu Hause auf dem Rechner angeschaut habt, werdet ihr festgestellt haben, dass die Bilder einen starken Fischaugeneffekt haben. Besonders sieht man das, wenn man den Horizont aufnimmt und der nicht in der Mitte des Bildes ist, sondern etwas nach oben oder unten verschoben ist, dann hat er eine ganz, ganz starke Krümmung. Nun kann man sagen, na, das gehört eben zu dem Bild oder zu dem Bildeindruck einer solchen Kamera dazu und kann das akzeptieren, gut finden und einfach so hinnehmen. Aber es gibt auch sicherlich einige, die sagen, Mensch, wie kriege ich denn diesen Effekt da wieder raus und wie schaffe ich es, dass die Bilder möglichst ganz normal aussehen, wie mit einem normalen Objektiv aufgenommen, also ohne diesen Fischaugeneffekt. Ja, wer Profiprogramme verwendet, bei den Bildern ist das Photoshop oder eben Premiere oder dann eben Final Cut Pro X oder andere Bildbearbeitungsprogramme. Für die kann man Plugins nehmen. DJI bietet übrigens für Photoshop und für Lightroom auch ein entsprechendes Profil an, was man dort einfügen kann, um diesen Fischaugeneffekt zu entzerren. Im Videobereich sieht das ein kleines bisschen anders aus. Da gibt es für die einfachen Programme keinen Trick dafür. Es gibt einige Freeware-Tools, die man verwenden kann, aber man kann es auch ein kleines bisschen einfacher sich machen und mit einer Software das Ganze entzerren. Und zwar nennt sich diese Software Prodrenalin. Und mit dieser Software ist es möglich, einmal den Fischaugeneffekt rauszunehmen. Dann kann ich diesen leichten Wackeleffekt ein bisschen reduzieren. Ich habe die Möglichkeit, das Bild auch gerade zu rücken. Denn die Phantom hat ja keine Möglichkeit, in dieser Achse die Bewegungen zu korrigieren. Es sei denn, man baut da einen entsprechenden anderen Gimbal unter. Aber in der Normalversion, wenn der Drohne oder der Multicopter eben Bewegungen wie diese macht, dann sieht man das auch und der Horizont kippt entsprechend. Auch dafür gibt es Möglichkeiten, das zu korrigieren. Und genau das möchte ich euch heute vorstellen und euch ein kleines Tutorial vorstellen zu der Software Prodrenalin. So, nachdem ihr die Speicherkarte entnommen habt, in den Adapter gesteckt habt und das Ganze in den PC gesteckt habt, kann es losgehen mit dem Laden der Software. Ja, ihr seht hier das Symbol der Software Prodrenalin. Ich kann das hier nochmal zeigen. So sieht das aus. Und wenn wir die Software öffnen, ist übrigens jetzt auch seit ein paar Tagen für das Betriebssystem OS X, also für den Apple Macintosh zur Verfügung. Bisher war das nur für Windows Betriebssysteme. Jetzt auch tatsächlich für den Apple, was mich natürlich sehr freut, zur Verfügung. Wenn ihr die Software öffnet, dann gibt es einmal hier das große Fenster. In dem großen Fenster wird gleich das Video gezeigt. Dann gibt es hier unten in diesem Bereich die Timeline. Da kann ich gleich dann hin und her schieben und hin und her fahren in der Timeline und entsprechende Ausschnitte festlegen. Ja, und hier oben ist der Bereich der Bearbeitung. Hier steht jetzt Medium im schwarzen Bereich Ablegen oder hier klicken, um Medien zu öffnen. Ich mache das einfach mit Drag & Drop. Also ich öffne meinen Finder, gucke dann hier, welches Video ich gerne nehmen möchte. In dem Fall ist es hier dieses. Das ist von der Brücke hier ganz in der Nähe. So sieht das aus. Und dieses Video möchte ich jetzt bearbeiten. Also ziehe ich das hier in den schwarzen Bereich. Dazu muss ich natürlich einmal ein kleines Stückchen rüber gehen. Ziehe das hier in den schwarzen Bereich rein. Dann dauert es einen kleinen Moment und schon habe ich das Video. Jetzt kann ich das Fenster hier schließen. So, und was ihr hier seht, ist schon sehr schön. Hier oben, da ist diese Objektivkrümmung sehr deutlich zu sehen. Dieser Fischaugeneffekt. Ja, und das ist eben der Fischaugeneffekt, den wir gerne weg haben möchten. Fangen wir hier unten nochmal an. Hier ist eben diese Timeline und ich habe jetzt hier die Möglichkeit mit der Maus und dem roten Schieber hier verschiedene Punkte anzufahren und kann mir eben Ausschnitte des Videos anzeigen lassen. Oder ich habe hier die Möglichkeit auf den Wiedergabeknopf zu drücken und kann mir dann das Video einmal zeigen lassen. Ihr seht, es war ein kleines bisschen windig an dem Tag gewesen. Deswegen wackelt die Phantomen ein klein bisschen. Das Bild ist unruhig und das können wir dann auch gleich nochmal dann versuchen zu stabilisieren. Gehen wir mal hier an den Anfang zurück, weil da sieht man das eigentlich sehr schön, eben diesen Fischaugeneffekt und den gekrümmten Horizont. Ja, hier ist jetzt ein sehr schönes Bild. Hier sieht man wie der Horizont hier einmal diesen Bogen macht und hier oben an dieser Stelle, da steht der Punkt Profil wählen. Und wenn ich da drauf gehe und hier einmal auf den kleinen Haken klicke, dann werden mir die verschiedenen Profile angezeigt. Und da sehe ich eben auch, wer keine Phantom hat, der wird hier auch wunderbar sein Profil finden. Denn hier sind für die GoPro Hero 3 alle möglichen Profile aufgeführt. Also für die 27er Variante, für die 69er Wide, 1080er Wide Variante und und und. Auch hier für die Hero 3 Plus sind die verschiedenen Profile. Dann gibt es Profile für die Canon EOS 60D mit den Weitwinkeloptiken 1585. Für den Camcorder gibt es Profile. Dann für Sony HDR Kameras gibt es Profile. Also eine ganze Menge Profile, die es hier gibt. Samsung Galaxy. Ja und ganz ganz weit unten hier vorletzte Position. Da ist das Profil DJI Phantom Vision FC 200. Das ist unsere Kamera, die wir in der Vision drin haben. So und wenn wir da drauf klicken, dann dauert es ja nicht mal eine Sekunde und ihr seht den Unterschied. Die Horizontlinie ist hier ganz gerade. Hier oben haben wir die Möglichkeit, hier ist einmal das Feld Verbesserung anzeigen und Original anzeigen. Ja und da können wir jetzt einmal hier hin und her klicken und dann seht ihr den Effekt ganz deutlich. Was man hier aber auch sieht, wenn wir uns das Original angucken und mal hier auf diese Häusergruppe am rechten Bildschirmrand achten, dann werdet ihr feststellen, wenn wir jetzt die Verbesserung anzeigen, dass hier von diesen Häusern einige abgeschnitten werden. Das heißt, wenn wir uns hier mal gucken, jetzt ist dieses Haus hier ist quasi das, was ganz rechts am Bildschirmrand ist. Das ist im Original ein kleines Stückchen weiter drinnen und wir haben hier noch zwei Häuser, die in der Verbesserung abgeschnitten werden. Wodran das liegt? Das liegt eben an dem Profil, was diesen Fischaugeneffekt reduziert. Man kann sich das mal angucken, was dieses Profil tatsächlich macht und zwar gibt es hier die Option rein zu zoomen oder auch raus zu zoomen. Ja und was wir jetzt mal machen, wir zoomen mal raus und dann sieht man sehr schön, was dieses Profil tatsächlich macht und bewirkt. Das ist nämlich der Effekt, den dieses Profil macht. Das heißt, die Ecken werden entsprechend rumgezogen, sodass diese Horizontlinie dann gerade ist. Ja und hier sieht man auch, warum hier abgeschnitten werden muss, weil dieser Randbereich eben extrem verzerrt wird mit dieser Software. Also von daher, wenn ihr diese Software nutzt, der Ausschnitt, den ihr später dann bekommt, wird etwas kleiner. Wir setzen das Ganze jetzt mal zurück. Ja und so sieht das Ergebnis eben dann aus. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier oben in diesem Bereich Video FX Vorlagen das Bild noch mit verschiedenen Vorlagen zu verändern, zu verbessern. Wir können hier mal so ein paar durchklicken. Hier seht ihr, die Farben werden ein bisschen kräftiger. Hier das Ganze noch ein bisschen dunkler. Hier wieder heller. Dann geht das hier weiter nach unten. Das sind also da eine ganze Menge. Hier ist so ein Abendsonneneffekt. Da noch mehr Abendsonne. Ja und da habe ich hier die Möglichkeit, also tatsächlich eine ganze Menge zu machen. Das ist hier so eine ganz softe Variante. Das hier ist ja fast schon dunkel. Was es natürlich auch gibt, sind so Überzeichnungsfilter oder eben Sepia-Filter. Hier ist ein Filter, total knallige Farben, übertriebene Farben. Da müsst ihr euch mal so ein kleines bisschen durchwurschteln und gucken, was es da so alles mögliches gibt. Ich glaube, es gibt auch einen Schwarz-Weiß-Filter. Wenn nicht, zeige ich euch gleich, wie ihr selber einen Schwarz-Weiß macht. Ja, was wir jetzt hier mal nehmen, ist dieser Filter. Der macht die Farben ein kleines bisschen knackiger. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit hier drüben. Hier seht ihr den Informationskasten. Da wird mir angezeigt, in welcher Auflösung, Datenrate, wie lange das Video ist, wie es aufgenommen ist. In dem Fall Progressive, Start-Endpunkt und so weiter. Und hier habe ich noch mal unter dem Punkt Clip-Eigenschaften die Möglichkeit, individuelle Korrekturen zu machen. Und zwar einmal hier in der oberen Leiste Kontrast, in der nächsten Helligkeit Sättigung und Weißabgleich. Ja, und eben sagte ich, ich kann euch zeigen, wie man aus dem Farbbild ein Schwarz-Weiß macht. Na, ganz einfach. Man nimmt einfach die Sättigung einmal komplett raus und schon habe ich ein Schwarz-Weiß-Bild und habe jetzt hier noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ganze noch ein kleines bisschen dunkler machen. Dann nehme ich hier den Helligkeitsregler ein kleines bisschen zurück und ich möchte noch ein kleines bisschen mehr Kontrast rein haben. Dann gehe ich hier oben und schiebe den Kontrastregler ein klein bisschen nach oben. Ja, dann kann ich hier also ein ganz knackiges Schwarz-Weiß-Bild machen und habe hier die Möglichkeit eben so meine Bilder zu verändern. Und wenn wir uns jetzt das mal mit dem Original vergleichen, so sieht das Original aus, so sieht die Verbesserung aus. Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Noch ein kleiner Trick. Es gibt hier einmal die Möglichkeit, horizontal oder vertikal zu vergleichen. Horizontal vergleichen, das sieht dann so aus. Das Bild wird einmal in der Mitte durchgeschnitten. Hier seht ihr einmal ohne Prodrenalin, hier einmal mit Prodrenalin. Das Ganze kann ich dann auch noch vertikal machen. Oben, ohne, unten, mit Prodrenalin oder einfach nur die Verbesserung zeigen. Gefällt mir das alles nicht, gehe ich wieder zurück zum Original, klicke hier einmal drauf. Erhalten bleibt der Anti-Fisch-Augen-Filter, aber meine Farbeinstellungen, die habe ich nicht verändert. In dem Feld hier oben habe ich die Möglichkeit, nochmal verschiedene individuelle Parameter zu verändern. Den Zoom hatte ich euch schon gezeigt. Ich kann hier einmal rauszoomen, sehe dann aber irgendwann eben hier oben, wenn ich den Anti-Fisch-Augen-Filter verwende, sehe ich hier oben eben dann diese Einmündung, kann aber natürlich auch in das Bild reinzoomen. Wenn ich sage, Mensch, ich möchte hier nur ein bestimmtes Detail, dann kann ich hier natürlich reinzoomen. Aber ganz wichtig, darunter leidet natürlich die Bildqualität, je stärker ich in das Bild reinzoome. Deswegen solltet ihr damit also ein kleines bisschen vorsichtig umgehen. Ja, was ich noch machen kann, ich setze das jetzt mal wieder zurück. Was ich noch machen kann, ist, ich kann die Neigung verändern. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in diese Richtung das Bild zu neigen. Das kann zum Beispiel gut sein, wenn ich eine Verzerrung habe in dem Bild. Wenn ich Gebäude drin habe, kann ich das eventuell sehr gut gebrauchen. Wenn ich zum Beispiel Gebäude von unten filme, habe ich die Möglichkeit, hier eine Perspektivänderung zu machen und ein bisschen die stürzenden Linien zu vermeiden oder zu reduzieren. Und das Gleiche kann ich auch in diese Richtung machen. Also ich kann auch in diese Richtung und natürlich in die andere Richtung einen Schwenk machen. Auch das wieder zurücksetzen. Ja, und ihr seht ja hier, dass die Horizontlinie hier so ein kleines bisschen schräg kippt. Ja, und was ich auch machen kann, ich kann dieses sogenannte Rollen reduzieren und habe die Möglichkeit, jetzt wird es noch stärker, dann eben in die andere Richtung das Rollen so zu reduzieren. Was ihr jetzt aber auch seht, ist, dass da natürlich einmal hier unten und einmal hier oben dieser von dem Fischaugen- oder Antifischaugeneffekt dann reinlaufende schwarze Bereich reinkommt. Das heißt, ich müsste hier dann nochmal einen zusätzlichen Zoom machen. So, das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt so eine Einstellung habe und den Film dann weiterlaufen lasse. Das können wir jetzt hier mal machen, indem wir einfach die Play-Taste drücken. Dann passiert natürlich folgendes, irgendwann mache ich meinen Schwenk, irgendwann ändert sich die Horizontlinie wieder und das Ganze passt nicht perfekt. Deswegen mein Tipp, wenn ihr so eine Einstellung habt, die euch besonders gut gefällt, wo ihr sagt, Mensch, das ist eine Einstellung, die möchte ich auf jeden Fall haben. Da möchte ich vielleicht einen Zoom drauflegen oder möchte die etwas länger zeigen mit einer Zeitlupen-Funktion. Dann empfehle ich euch folgenden Trick. Macht das ganz einfach. Geht auf Stopp, guckt den Anfang der Szene. Hier unten ist eben der Schieber. Jetzt guckt ihr, wo ist der Anfang dieser Szene, die euch interessiert. Ich sage mal so, ab hier ist das interessant. Guckt, dass unten und oben überall die schwarzen Bereiche raus sind. Hier müssen wir noch ein klein bisschen reinzoomen. Ihr seht, hier unten ist der schwarze Bereich. So, und jetzt macht ihr folgendes. Hier ist ein kleiner Anfangsschieber. Dieser blaue ist hier. Und diesen Schieber schiebt ihr jetzt einfach kurz vor diese Position. Dann guckt ihr euch, wo endet diese Szene. Also nehmt den roten Schieber und guckt, wo endet die Szene. Wo ist der Horizont dann wieder so schief, dass es sich nicht lohnt. Ich würde sagen, hier an dieser Stelle. Dann nehmt ihr den hinteren Schieber. Moment, nehmt den hinteren Schieber. Den erwische ich jetzt gerade nicht. Na komm schon. Wieso kriege ich den hier nicht? Den hinteren Schieber. Na komm schon. Kriegt den gerade nicht zu fassen, den hinteren Schieber. Da haben wir ihn. So, jetzt habe ich ihn. Und dann schiebt ihr den hinteren Schieber an die Stelle hier vorne hin. Und jetzt habt ihr hier nur einen Ausschnitt. Und dann wird auch tatsächlich nur dieser Ausschnitt eben als Film ausgegeben. Und ihr habt dann im Prinzip einen kleinen Schnipsel, den ihr später in euren Film einfügen könnt. Wo der Horizont halbwegs gerade ist. Und den ihr dann weiter benutzen könnt. Das heißt, ihr könnt so Stückchen für Stückchen euren Film dann eben zurecht machen. Und die interessanten Schnipsel eben mit den entsprechenden Einstellungen verändern. Ihr seht, er fängt jetzt immer wieder an von vorne das abzuspielen. So habe ich also die Möglichkeit, Stückchen für Stückchen mich durchzuarbeiten. Meistens ist es ja so, man hat irgendwelche Flugszenen, die sind uninteressant, weil man da seine Position verändert hat. Und dann gibt es aber eben auch wieder Situationen, die sind eben spannend. So wie hier zum Beispiel, da fahren die Autos drüber. Das ist vielleicht für das fertige, für den fertigen Film eine Schnittszene. 5, 10, 15 Sekunden. Mehr brauche ich davon nicht. Aber ich habe ein gerades Bild, Horizont gerade gerückt. Kein Fischaugeneffekt mehr drin. Und je nachdem, was ich später dann für ein Programm verwende, kann ich dann nachträglich natürlich noch zusätzliche Effekte einfügen. Falls mir hier diese Vorlagen, die ich hier zur Verfügung habe, nicht gefallen. Oder falls die mir zu knackig oder sonst was sind, kann ich da natürlich in meinem späteren Bildbearbeitungsprogramm da nochmal individuell was drüberlegen. Eine ganz wichtige Sache, die zu beachten ist, es gibt hier den Punkt Video stabilisieren. Und bei diesem Video stabilisieren sieht es so aus, dass das Programm schaut, wie das Wackeln in dem Bild ist. Und ihr seht, das hat hier ein kleines bisschen gewackelt. Und deswegen liegt es natürlich nahe zu sagen, Mensch, ich möchte dieses Wackeln hier noch raus haben. Und jetzt passiert aber leider Folgendes, wenn ich sage jetzt Video stabilisieren, dann springt das Bild um und geht quasi in den ursprünglichen Bildausschnitt rüber. Und dann habt ihr auch später ein gerendertes Video, was exakt diesen Bildausschnitt zeigt. Ja, der Grund ist im Prinzip einfach zu verstehen, denn was dieses Programm oder was diese Analyse, diese Videoanalyse macht, die guckt anhand des Bildes. Das sieht man hier vertikale Verschiebung und horizontale Verschiebung. Das heißt, das Programm guckt, wie zittert das Bild bei der Aufnahme und versucht, dieses Zittern rauszunehmen. Ihr seht hier, da ist eben diese Analyse, dieses Hoch und Runter. Ja, und diese Analyse kann natürlich nur stattfinden, wenn die Kamera, oder wenn das Programm quasi die absolut waagerechte, gerade Kameraperspektive analysiert. Was wir ja hier haben, ist schon die gekippte Kameraperspektive. Ja, was folgt daraus? Ich kann nicht ein Video stabilisieren und gleichzeitig diese Effekte Neigung und Zoom nutzen. Denn wenn ich das jetzt ausgeben würde und sagen würde, hier Export, dann würde ich eben auf dem fertigen Video genau diesen Ausschnitt auf dem fertigen Video sehen. Ja, und das bringt mir natürlich herzlich wenig. Also von daher, diese Kombination hier individuelle Einstellungen und Videostabilisierung, das funktioniert nicht. Sobald ich die Videostabilisierung wieder rausnehme, dann seht ihr, habe ich wieder meinen perfekten Bildausschnitt, so wie ich ihn vorher haben wollte. Das heißt, da muss ich dann einmal entscheiden, was möchte ich haben. Und kann jetzt, wenn ich sage, gut, ich will hier nicht stabilisieren, habe meine Einstellungen fertig, dann gehe ich hier oben auf den Punkt Export drauf. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit noch festzulegen, auf welchen Ordner ich das ablegen möchte. Und ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, möchte ich das als MPEG oder als QuickTime Video haben. Hier ist dieses kleine Q für QuickTime, das Symbol, dann ist es ein Video mit der Endung Punkt MOV. Oder ich habe eben die normale Endung oder das normale Video wieder als MPEG-4-Datei und kann hier dann einmal festlegen, hochgrößte Dateigröße, mittel, empfohlen oder kleine Dateigröße. Wenn ich es beispielsweise in eine Internetseite einbinden möchte und nicht so eine hohe Datenrate und nicht so eine große Datei haben möchte, dann würde ich hier eben Niedrig wählen. Ich gehe jetzt mal auf Mittel. Hier habe ich noch die Möglichkeit, mein Ausgabeverzeichnis festzulegen. Wenn man das auf dem Mac bearbeitet, ist das so ein kleines bisschen schwierig, weil dazu muss man wissen, dass diese Software ist keine original Mac Software oder original für den Mac geschrieben, sondern das ist eine Windows Software und da läuft quasi eine OSX Simulation oben drüber. Deswegen haben wir hier auch eine etwas skurrile Dateistruktur, die man eigentlich so vom Apple überhaupt nicht kennt, sondern die man hier mit Arbeitsplatz und meine Dokumente und so weiter eigentlich nur von einem Windows Rechner kennt. Man muss sich da so ein bisschen reinfrickeln. Man findet im Prinzip alles. Man findet auch externe Datei, externe Platten. Da muss man dann hier sich so ein bisschen durchwurschteln. Es ist zu finden, aber es ist für den reinen Mac Anwender ist es ein klein bisschen ungewöhnlich. Hier unter Volumes, wenn hier Volumes erscheint, da sind dann die externen Festplatten. Hier HD extern, Mac Companion, Macintosh HD No Name und da kann ich dann die individuellen Ordner mir auswählen. Wie gesagt, ist ein bisschen verwirrend, findet sich aber trotzdem zurecht. Ich habe jetzt hier einmal einen Ordner angelegt, wo das reinkommt und mache einmal Export starten. Ja, und jetzt wird die Datei oder dieser Bereich, den ich hier unten festgelegt habe, wird jetzt gerendert und in eine neue Datei ausgegeben. Wie gesagt, wenn man hier unten einen Bereich angelegt hat, das kann man ja immer wiederholen. Ich habe also die Möglichkeit, diese Bereiche mir immer wieder in Häppchen rauszupicken. Ich muss hier nicht den ganzen Film in einem Schlag durchrendern lassen, kann ich natürlich machen. Aber wer das ein bisschen professioneller machen möchte und eben sich aus seinen Aufnahmen schönen Filmen zurechtschneiden möchte, der ist, glaube ich, mit der Methode hier schon vorzuselektieren und sich hier schon kleine Häppchen rauszunehmen und die eben entsprechend schon individuell zu bearbeiten, besser bedienen und hat dann später die Möglichkeit, schneller gezielt ein Video zusammenzuschneiden. Ja, ihr seht, wir sind jetzt bei 85, 86, 87 Prozent. Das geht für so einen kleinen Abschnitt relativ zügig, kommt natürlich auch ein bisschen auf den Rechner drauf an. So, und das war's und jetzt kann man den Film wiedergeben und da möchte er hier irgendwas von mir wissen. So, und jetzt sagen wir hier einmal wiedergeben und da ist dann quasi der Ausschnitt, den wir eben bearbeitet haben. Ihr seht, es wackelt immer noch ein kleines bisschen, ist aber von der gerade Richtung her sehr schön. Kein Fischaugeneffekt mehr. Ja, und das ist dann eben die Datei, die dann weiter bearbeitet werden kann, die ihr in Premiere, Final Cut Pro oder wo auch immer dann eben weiter bearbeiten, weiterschneiden könnt, Übergänge und so weiter und sofort mitmachen könnt. Nutzt ihr die andere Möglichkeit, das heißt also, nutzt ihr die Möglichkeit, dass wir das Zittern, das Wackeln rausnehmen, das kann ich auch einmal machen. Dazu schließe ich jetzt hier einmal diese Datei, gehe wieder in den Bereich Start rein, muss hier einmal das wegklicken, gehe hier wieder in den Bereich Start ein, nehme ich hier alles auf Zurücksetzen, bin jetzt quasi wieder schräg, habe natürlich meine Verbesserung, also sprich, habe den Fischaugeneffekt rausgenommen, aber habe jetzt keine Verschiebung, kein Rollen, keine Neigung, keinen Schwenk. Und was ich jetzt eben mache, ist einmal hier auf Video stabilisieren gehen und was er jetzt machen sollte, ist das Video stabilisieren. Das hat er eben schon gemacht, das heißt, den Vorgang, den ihr eben schon gesehen habt, diesen kleinen Analysebalken, das haben wir jetzt im Prinzip schon fertig und wir können das Video jetzt einmal direkt exportieren. Er sagt, soll ich das überschreiben, abbrechen? Nein, das soll er nicht, deswegen machen wir hier einmal ganz schnell eines, gehen in Dokumente und nehmen hier, da müsste eigentlich das drin sein, müsste eigentlich, ist es jetzt aber nicht, finde ich jetzt auch nicht, wo ich das habe, meine Dokumente, da hätte es eigentlich drin sein sollen, ja, finde ich jetzt leider nicht. Dann machen wir folgendes, dann überschreiben wir das einfach jetzt einmal und sagen, ja, einmal überschreiben. So, und jetzt macht er das Gleiche, exportiert das Medium nochmal, nur jetzt eben mit dem Ausgleichen des Zitterns, das heißt, jetzt werden die Bewegungen rausgenommen. Dafür habe ich aber eben nicht die gerade Richtung drin. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, aber ich glaube, so lange können wir warten. Das ist ja schon 30 Prozent, müsste einen kleinen Moment Geduld haben. Hier drüben kann ich in der Zwischenzeit auch nochmal zeigen, hier gibt es einmal die Medienablage. Das kann ich jetzt nicht anklicken, weil hier gerade das läuft. Hier ist einmal die Medienablage, da werden mir dann alle Bilder, alle Videos aufgezeigt, die ich bearbeitet habe. Und hier ist die Ausgabe, da wird mir nochmal gezeigt, welche Videos ich bereits bearbeitet habe. Denn ich habe die Möglichkeit, hier gleich mehrere Videos reinzuziehen. Ich muss es nicht so wie ich jetzt Video für Video machen, sondern ich kann hier gleich fünf Stück reinziehen. Die erscheinen mir dann hier oben im Reiter und ich kann die dann eben auch entsprechend alle ausgeben. Also wenn ich zum Beispiel am Tag recht viel gefilmt habe, kann ich dann über Nacht meinen Rechner beschäftigen und zehn Filme im Ganzen dann einfach nachts überrendern und eben entzerren und entsprechende Effekte verwenden, wie ich sie gerne haben möchte. Ich habe dann am Morgen alle Videos fertig. Ja und ihr seht, mein Quassel nützt. Wir sind jetzt schon bei 99 Prozent angelangt und das war's. Fertig. Und jetzt möchte ich dann das Ganze auch einmal sehen, wie es dann aussieht. Ja und ihr seht, das Zittern ist deutlich weniger geworden. Das Bild ist wesentlich ruhiger, aber ich habe den Nachteil, dass ich hier oben jetzt die schräge Horizontlinie habe. So und da müsst ihr jetzt entscheiden, was ihr haben wollt. Ihr könnt letztendlich auch dieses Video nochmal reinziehen und könnt dieses Video dann eben nochmal kippen und nochmal rendern. Also auch das ist möglich, das zweimal zu machen. Dann würde ich aber beim ersten Durchgang die höchste Qualität nutzen, damit ich nicht jedes Mal einen gewissen Qualitätsverfall habe. Aber das ist natürlich möglich, dass man das Ganze zweimal macht. Eben einmal im ersten Durchgang das Wackeln rausnimmt und im zweiten Durchgang dann die Horizontneigung rausnimmt. Ja, das waren die wichtigsten Funktionen der Software Prodrenalin. Ja, ich hoffe, das Tutorial zu der Software Prodrenalin hat euch ein kleines bisschen weitergeholfen. Und ihr wisst jetzt, wie ihr eure Videos, die ihr mit der Phantom gedreht habt, verbessern könnt. Wie ihr den Fischaugeneffekt entfernen könnt, das Bild ein kleines bisschen gerade rücken könnt, das Zittern entfernen könnt und den Farbeindruck etwas verbessern könnt. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr diese Aufnahmen natürlich mit anderen Schnittprogrammen weiter bearbeiten könnt. Die Szenen auftrennen, aneinanderfügen, Übergänge machen und, und, und. Und habt dann die Möglichkeit, eben das vorbereitete Videomaterial mit einfachen Schnittprogrammen, iMovie oder ähnlichem zusammenzustellen oder Premiere Elements, was auch immer. Und daraus dann einen tollen Film zu machen. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über ein Like hier unten freuen und auch ein Abonnement freuen. Kleiner Hinweis, neben dem Videokanal Ralfs Fotobude gibt es jetzt für die Quadrocopter, da kommt ja in Zukunft noch ein klein bisschen mehr von mir, gibt es für die Quadrocopter jetzt einen eigenen YouTube-Kanal. Das ist Ralfs Fotoflug. Das seht ihr hier auch, da ist ein kleiner Link oder ein kleiner Like bei mir auf dem Kanal. Ansonsten einfach mal suchen Ralfs Fotoflug und da findet ihr in Zukunft auch alle meine Videos direkt zusammengefasst. Alles rund um das Thema Quadrocopter, rund um das Thema Tuning hier für die DJI Phantom. Da wird es demnächst Sachen geben, wie kriege ich ein Gimbal drunter und, und, und. Also es lohnt sich auch diesen YouTube-Kanal zu abonnieren und da habt ihr dann direkt Zugriff auf alle interessanten und spannenden Themen rund um das Thema Quadro und Multicopter. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über ein Like und einen Kommentar von euch. Ja und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Fliegen natürlich. Gutes Wetter und ja möglichst keine Bruchlandungen. Bis dahin. Moin Moin. S.: grain Gutes Wetter und